Hallo, ihr Lieben, vom Schweigen. Wer weiß, redet nicht, wer redet, weiß nicht. Beende das Gerede, schließe die Türen, dämpfe den Eifer, löse die Verwirrung, mindere den Glanz, finde den Grund. Das heißt, eins werden mit dem Ursprung. Wer dies erreicht hat, wird von Liebe und Hass nicht erschüttert, wird von Gewinn und Verlust nicht berührt. wird von Ehre und Schande nicht betroffen. Darum wird er von allen geschätzt. Herzliche Grüße, euer Lao Tse.